Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ich bin Miri. Und ich bin Maggie. Und wir leiten zusammen hier das Theater. Eine Szene in Bern. Das ist ein Theater, das es seit über 40 Jahren gibt. Genau. Aus Theaterperspektiven ist die momentane Situation ja wirklich eine verrückte Sache. Aber wir haben uns entschieden, in diesem Stillstand nicht geblieben zu stecken und vorwärts zu denken. Wir haben diese Zeit genutzt und haben jetzt endlich mal ein Konzept um eine super Bühnentechnikerin und einen super Elektroinstallateur, um die Infrastruktur im Theater zu erweitern und diverse Merkungen zu beheben. Genau. Und das Kernstück ist die Erweiterung unserer Lichterlage. Und genau das wollen wir jetzt kurz demonstrieren. weil wir jetzt schön sind, wenn wir hier ein Konzept geben wollen. Wir hören uns vor, wenn wir das Schluss kommen- und die Kinder wiederhören, über ein Konzept sehen, werden wir dann wiederhören. Din Wimschrais. Und dann und dann werden wir an die Eingespreis nicht so gut, Wir werden auch immer weiterhören. Und dann wird das Heisen, die wir an die Eingespreise können. Und dann wird das Heisen. Die Erweiterung ist schon langfällig, aber jetzt ist sie so richtig dringend geworden. Ja, wegen dieser ganzen Corona-Situation müssen wir nämlich sehr wahrscheinlich in der nächsten Saison das Publikum auch seitlich von der Bühne platzieren. Und unsere nächste Produktions-Dschungelbuch, die dann im Herbst wird starten, hat diverse Klebtermöglichkeiten, die im Bühnenraum hangen werden. Ja, genau. Und für das alles zusammen werden wir mit unserer ausschliesslich frontalen Beleuchtung definitiv aufgeschmissen. Vielen Dank, dass Sie uns unterstützt. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.